Ja, hallo und bonjour aus dem Institut Francais an der Adenauer Allee, ganz in der Nähe vom Hofgarten. Ich bin hier in einem Veranstaltungssaal, der außergewöhnlich leer ist im Publikumsrecht, Traum, aber ich freue mich total, dass wieder heute Veranstaltungen hier stattfinden, dank Bonn Live und dass eine Lesung jetzt verfügbar sein wird auf dieser Plattform. Hier finden in diesem Saal normalerweise Kinovorführungen statt, Vorträge über deutsch-französische Politik, auch Autorenlesungen und Konzerte. Musik ist, glaube ich, was total wichtig ist, gerade in den Zeiten jetzt, wo irgendwie alles so ungewiss ist und wir zu Hause sitzen, unsere Freunde nicht sehen können. Musik begleitet uns in solchen schwierigen Zeiten, aber auch vielleicht, wenn wir morgens aufstehen und ein bisschen Energie für den Tag brauchen oder abends nach der Arbeit, um in den entspannten Teil des Tages zu starten. Und deswegen stelle ich euch jetzt ein Buch vor über die Beziehung eines Schriftstellers zu einem Musiker, den ihr bestimmt alle kennt. Das ist nicht unbedingt die Musik, die sonst auf Bonn Live so läuft und ich spiele jetzt mal ein kleines Lied, was dieser Komponist geschrieben hat, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und ich löse nachher auf, um wen es geht. Musik 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 Ja, das war jetzt nicht unbedingt das bekannteste Stück von ihm und es war jetzt auch wahrscheinlich nicht sonderlich gut gespielt, aber ich hatte auch mal Klavierunterricht und habe schon länger nicht mehr Mozart gespielt, der der Namensgeber ja einer sehr leckeren Schokopraline auch ist und für den Erik Emanuel Schmidt eine ganz besondere Liebe, wie er sagt, hegt. Erik Emanuel Schmidt ist der Autor, der das Buch geschrieben hat, was ich euch vorstelle. Viele von euch, die französisch in der Schule gelernt haben, kennen ihn wahrscheinlich. Er hat diese Reihe über philosophisch-spirituelle Themen und die Weltreligionen geschrieben, Ibrahim und die Blumen des Koran, Oskar und die Dame in Rosa. Und er hat auch diese besondere Liebe zur Musik. Er spielt selber Klavier. Er hat auch selber mal überlegt Musiker zu werden, hat aber gemerkt, wenn er selber kreativ wird und etwas schafft, dann ist er besser, wenn er schreibt. Er hat drei Bücher über Musiker geschrieben, die ihr hier seht, über einen großen Sohn Bonns auch, über Beethoven. Und das jüngste Buch ist über Frédéric Chopin. Leider sind diese Bücher über Beethoven und Chopin nicht ins Deutsch übersetzt. Ich hatte auch die Gelegenheit mal seinen Verlag zu fragen, warum dieses Buch über Beethoven nicht übersetzt wurde, keine Antwort bekommen. Man weiß es nicht. Ich werde gleich auch kurz was daraus vorlesen, um einen Einstieg zu finden. Ich lese einfach mal ein Zitat vor. Keine Angst, das ist nur ganz kurz auf Französisch, dann erzähle ich auf Deutsch, worum es geht. Weil ich finde, dass er in dem Buch, »Quand je pense, que Beethoven est mort, alors que ton des Kretins vive«, also übersetzt, wenn ich daran denke, dass Beethoven tot ist, während so viele Idioten noch auf der Welt sind, weil er darin ganz schön die Bedeutung der Musik für ihn beschreibt. Also er schreibt, »La musique est tellement plus que de la musique. On l'oublie quand, au conservatoire, on l'apprend, mais on l'éprouve lorsque, dans la solitude, on l'écoute.« Also er sagt, »Musik ist so viel mehr als nur Musik. Das vergisst man vielleicht, wenn man selber im Musikunterricht sitzt, aber man spürt es, wenn man alleine Musik hört. Die Musik spielt eine Rolle in unserem spirituellen Leben. La musique intervient dans notre vie spirituelle. Also Komponisten wie Bach, Mozart, Schubert, Chopin und Debussy bringen uns auch Ideen für den Sinn unseres Lebens. Und er hat eine ganz interessante Theorie darüber, wie die Musiker da einzuordnen sind. Und er sagt, Bach, das ist Musik, die von Gott geschrieben ist. Mozart, das ist Musik, der Gott gerne zuhört. Und Beethoven, das ist Musik, die Gott überzeugt, mal in Urlaub zu gehen, weil er feststellen muss, dass der Mensch an seine Stelle getreten ist. Für ihn ist Beethovens Musik die Musik des Menschen, der sich sehr wichtig nimmt. Trois éléments, la structure, Humanisme, Heroisme, Optimisme. Also Humanismus, Heroismus und Optimismus. Das sind alles Aspekte der Musik Beethovens, die Erik Emanuel Schmidt als Jugendlichen auch sehr geholfen haben. Weil Beethoven dieses Bild vom Menschen hat, der stark ist und der groß und bewundernswert ist, der nicht aufgibt. Und das passte in diesen Lebensabschnitt gut zu ihm. Mozart allerdings hat ihm eher zugeflüstert, akzeptiere. Und damit kommen wir jetzt auch zu mein Leben mit Mozart. Ich lese aus einer Version, die im Amman Verlag erschienen ist, in Zürich. Es ist eine eher ältere Version. Wenn ihr das Buch, nachdem ich es vorgestellt habe, lesen möchtet, jetzt findet ihr es im Fischer Verlag. Die haben einen Webshop und dort gibt es das als E-Book. In diesem Buch, Mavi avec Mozart, richtet Erik Emanuel Schmidt Briefe an Mozart. Es geht also überhaupt nicht um das Leben von Mozart, warum er irgendwas wie geschrieben hat, sondern wie der Bezug von Erik Emanuel Schmidt im Laufe seines Lebens zu diesem Musiker war. Und ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich finde, dass es ganz viel erstens über die Person Erik Emanuel Schmidt erzählt, aber auch Ideen gibt über Lebensführung und weil es vor allen Dingen mir nochmal einen ganz anderen Blick auf Mozart gegeben hat. Weil Mozart ist mehr als nur die Zauberflöte. Ich fand Mozart tatsächlich oft ein bisschen so banal, weil es so heiter war und weil es so überall läuft. Und das ist echt ein Buch, wo ich einen neuen Blick auf ihn bekommen habe. Ich fange mal an mit dem zweiten Kapitel, glaube ich, da Erik Emanuel Schmidt erzählt, dass er als Jugendlicher Selbstmordgedanken hatte, weil er mit dieser Wandlung seines Körpers begriffen hat, dass wir alle im Endeffekt dem Verfall und dem Tod entgegen gehen. Und er hatte schon konkret sich vorgestellt, wie er sich das Leben nimmt. Und dann überlegt er sich, ist aber doch anders. Und das hat was mit Mozart zu tun. Er ist mit seinem Musiklehrer in der Oper in Lyon bei einer Probe. Dort steht eine eher unförmige Frau auf der Bühne. Und alle denken sich, was soll das jetzt? Und dann passiert Folgendes. Die Frau begann zu singen. Und plötzlich wurde alles anders. Mit einem Mal war die Frau schön. Aus ihrem kleinen Mund kam eine klare, helle Stimme. Sie füllte das riesige Theater und die leeren Sitzreihen, stieg empor zu den dunklen Rängen, schwebte über uns, ätherisch getragen von einem schier unerschöpflichen Atem. Statuenhaft, strahlend ließ die Sängerin ihren zu einem Instrument aus Fleisch und Blut gewandelten Körper erklingen. Was ihrem Tambre diese Fülle, diesen Schmelz verlieh, waren die wogende Brust, die sanften Schultern, die weichen Wangen, der prachtvolle Leib, der ebenso wie Töne herrliche Kinder hätte hervorbringen können. Die Zeit war stehen geblieben. Ich war fasziniert, angesichts dieser fraulichsten aller Frauen, gefangen von ihrem Gesang, ließ mich von ihm einhüllen, einlullen, aufwühlen, mitreißen, liebkosen. War nur noch dieser Atem, ihr Atem, hing an ihren Lippen, ihren Hüften, war ihr ausgeliefert, war glücklich. Dann zitiert er den Text, den die Frau singt. Und dann fragt er, verstand ich recht? Diese Worte spielten auf das Glück an. Ein Glück, dessen Geheimnis mir verschlossen war. Sie riefen Augenblicke der Süße wach, die zwei Liebende erlebt hatten, vergangene Freuden. Doch Kraft Gesanges wurde ein verlorenes Paradies zu einem Gegenwärtigen. Meine Lebensgeister kehrten zurück. Und auch das Staunen. Ja, Schönheit brandete auf in diesem Saal. Alle Schönheit dieser Welt. Man machte sie mir zum Geschenk. Dort vor meinen Augen. Als die Sopranistin verstummte, trat eine Stille ein, die fast so bewegend war wie der Gesang. Eine zweifellos mozartsche Stille. Was dann kam, habe ich vergessen. Ich weiß nur noch, dass ich von diesem Moment an geheilt war. Tschüss Verzweiflung. Tschüss Niedergeschlagenheit. Ich wollte leben. Wenn es so herrliche Dinge gab auf der Welt, von solcher Fülle und Intensität, dann lockte mich das Dasein. Und schon verspürte ich Ungeduld. Der Beweis meiner Genesung. Wann kann ich dieses Stück wiederhören? Ich muss meine Eltern überreden, Karten für uns zu kaufen. Doch etwas machte mir zu schaffen. Ein weiteres Zeichen meiner Genesung. Blieb mir überhaupt noch genügend Zeit, um all die Wunder zu entdecken, die es auf diesem Planeten in Hülle und Fülle gab? Wie viele mochten mir durch die Lappen gehen? Vorausgesetzt, ich blieb bis über 90 bei guter Gesundheit, dann etwa... Ja, derlei Überlegungen stellte ein Junge an, der sich gerade noch die Pulsadern hatte öffnen wollen. Mozart hatte mich gerettet. Man verlässt nicht so einfach eine Welt, auf der man so wunderbare Dinge hören kann. Man bringt sich nicht so einfach um auf einer Erde, die solche und andere ähnliche Früchte hervorbringt. Heilung durch Schönheit. Zweifellos wäre kaum je ein Psychologe auf die Idee gekommen, eine solche Therapie bei mir anzuwenden. Mozart hatte sie erfunden und mir verabreicht. Wie eine Lerche, die zum Himmel aufliegt, löste ich mich aus dem Dunkel und stieg auf ins Blau. Dort sucht dich oft Zuflucht. Und aus dem Jugendlichen wird ein Erwachsener. Er studiert Philosophie. Und er beginnt zu schreiben. Er ist auch einigermaßen erfolgreich mit seiner Schriftstellerei. Und dann passiert aber was in seinem Leben, was wieder Grund für ihn ist, sich an Mozart zu wenden. Und zwar taucht ein Virus in seinem Leben auf, das seine Freunde krank macht und das seinen Freunden auch das Leben kostet. Er ist erst 34 Jahre alt und sieht Menschen, die ihm wichtig sind, um ihn herum sterben. Es ist ein Virus, was wir heute kennen und was wir heute ein bisschen besser im Griff haben. Auf jeden Fall ist es eine sehr existenzielle Situation für ihn und er wendet sich auch, oder sagen wir, er wendet sich gar nicht an Mozart, sondern Mozart kommt einfach so wieder in sein Leben. Lieber Mozart, seltsam, was dir da gerade geglückt ist. Du hast mich mit einer traurigen Musik in meiner Traurigkeit getröstet. Und was für einen merkwürdigen Boten du dazu ausersehen hast. Ich wusste gar nicht, dass es Engel gibt, die sich in einen schwarzen Riesen am Steuer eines verrotteten Autos verwandeln können. Als ich das Krankenhaus um 20 Uhr verließ und ein leeres Taxi am regennassen Straßenrand sah, stürzte ich mich sofort hinein, nicht um schneller nach Hause zu kommen, denn mir graut vor der leeren Wohnung, sondern um die endlose Fahrt mit der Metro zu vermeiden, diese Stationen mit ihrer immer gleichen Abfolge und ihren immer gleichen Namen, diese unbeschwerten von meinem Kummer unberührten Reklameplakate, dieses erbarmungslos grelle Licht auf den müden Gesichtern, diese für mich viel zu engen Sitzschalen, diese Gerüche nach alten Körpern, die dem Tag nichts abgewinnen konnten. Der Taxifahrer, ein Afrikaner mit voller Stimme und gewaltigem Brustkorb, der fast die ganze Blechkiste einnahm, fragte mich, ob ich etwas gegen Musik hätte. Hängt davon ab, was sie auflegen, antwortete ich und war auf Jazz oder Reggae gefasst. Ich lege eine CD ein, die mir ein Fahrgast dagelassen hat. Wie sie wollen. Wenn es ihnen nicht gefällt, mache ich aus. Mit einer Riesenpranke, in der sich das Steuer seines Vehikels wie ein Miniaturmodell für Kinder ausnahm, drückte er auf einen Knopf und plötzlich warst du da, um die Fahrt mit uns fortzusetzen. Gewiegt von den Streichern flüsterte die Klarinette eine zarte Melodie, von der mit ihren Abwärtsbewegungen eine Art heiterer Traurigkeit ausging. Zunächst dachte ich, du hättest mir dieses Adagio aus Sympathie geschickt. Einfach so, um mir zu verstehen zu geben, dass auch du Kummer hast. Aber dann begriff ich, dass du mir etwas anderes sagen wolltest. Obgleich zart und leise hielt die Klarinette stand, weigerte sich der Niedergeschlagenheit nachzugeben, erhob sich wieder, sang, entfaltete sich und erreichte eine andere Ebene. Der Kummer war verklärt. Aus deinem Empfinden war ein Werk geworden. Die Traurigkeit hatte sich in Schönheit verwandelt. Ich lehnte mich zurück, legte den Kopf in den Nacken und ließ meinen Tränen freien Lauf. Weinen, endlich. Seit ich mit dem Sterben mir nahe Menschen konfrontiert war, hatte ich nicht mehr geweint. Weinen und annehmen. Dank deiner konnte ich es. Ja, ich glaube, ich nehme es endlich an. Was? Als ich aus dem Taxi stieg, konnte ich diese Gewissheit, wenn ich sie denn empfand, noch nicht benennen. Wieder hier musste ich dein Klarinettenkonzert mehrmals hören, um noch besser zu verstehen. Sich in die unvermeidliche Traurigkeit schicken, die Tragik des Daseins belegen, sich dem Leben nicht durch Leugnen verschließen. Aufhören, es sich anders zu erträumen, als es ist. Die Wirklichkeit annehmen, wie immer sie auch sei. Dank deiner bin ich in der Lage, Ja zu sagen. Seltsam, dieses Jahr, wo doch mein Jahrhundert, meine geistige Bildung und unsere Ideologien mir mit einem Nein Stärke vorgaukeln wollen. Heute Abend habe ich mir verziehen. Verziehen, dass ich den Lauf der Welt nicht ändern kann. Verziehen, dass ich nicht weiß, wie man sich der Natur, wenn sie uns vernichtet, entgegenstellt. Verziehen, dass Mitgefühl meine einzige Waffe ist. Heute Abend habe ich mir verziehen, dass ich ein Mensch bin. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, dass ihr einen Autor gerne mögt, viele Bücher von ihm gelesen habt und sich so ein bestimmtes Bild von ihm aufbaut, was sich ja daraus speist, wie die Person schreibt, welche Figuren vielleicht sie auch erfindet. Und ich hatte bei Erik Emanuel Schmidt immer das Gefühl, dass das jemand sehr lebenskluges ist, der so in sich ruht und der auch eine freundliche Person ist. Durch meine Arbeit hier am Institut Francais habe ich auch schon sehr unterschiedliche Arten Autoren und Autorinnen kennengelernt. Manche sind doch sehr von sich überzeugt, manche sind auch sehr interessant und sehr nett. Und ja, vor anderthalb Jahren war Erik Emanuel Schmidt in der Oper hier in Bonn und ich durfte übersetzen bei einem Gespräch, das er geführt hat mit dem Dirigenten über Claude Debussy. und ich war mehr als, mehr nur als erleichtert zu sehen, dass er ziemlich genau so ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe, weil ich war schon ziemlich nervös an diesem Morgen, das war ein Sonntagmorgen in der Oper Bonn, das Beethoven Orchester organisiert da regelmäßig so Konzerte, wo ein Promi dann über den Komponisten spricht. Und ich habe mir gedacht, verdammt, eigentlich habe ich noch nie vor so vielen Menschen auf einer Bühne gesessen und es ist halt auch Erik Emanuel Schmidt und keine Ahnung, die Leute haben Geld dafür bezahlt und wow, ich war schon ziemlich nervös und dann war ich in dieser Garderobe da in den Kulissen und war nervös, war nervös und dann tauchte er auf und es war gut. Und es war gut, weil er einfach so eine, so eine Zuversicht und so eine Gelassenheit ausstrahlt, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, vielleicht hat es was mit Mozart zu tun, vielleicht auch noch mit vielen anderen Dingen. Man kann sich ja thematisch sehr aussuchen, was einen anspricht in seinem Werk. Jedenfalls haben wir jetzt über zwei Ausschnitte, habe ich gesprochen, die ja schon sich mit existenziellen Fragen auseinandersetzen, wo eher eine sehr schwere Emotion sich in was Schönes auflöst. Aber in dem Buch geht es schon einfach auch um heitere Situationen auch und deswegen habe ich etwas später im Buch ein Kapitel ausgesucht, wo er eine Musik versucht wiederzufinden, die du mir in meiner Kindheit geschickt hast. Ich suche sie schon so lange. Es handelt sich um ein sanftes Lied, das mich glücklich machte. Ein Lied, das man zweistimmig trellerte, eine klare, maßvolle Melodie, die mir Frieden brachte. Und dann überlegt er noch ein bisschen, was das gewesen sein könnte und dann sagt er am Ende, ich erinnere mich noch an die ersten Noten und Wörter. O Tamino, mein Herz ruft dich. Wer ist dieser Tamino? Und wer ruft ihn? Was hast du uns sagen lassen, dass wir so ergriffen waren? Ich versuche jetzt an die richtige Stelle zu bringen. Das ist der Seck. Nicht so einfach mit diesem DVD-Player. Lieber Mozart, als ich die Zauberflöte hörte, habe ich endlich das Lied meiner Kindheit wiedergefunden. Danke, dass du mir geantwortet hast. Was für ein wunderbarer Einfall von dir. Ein Liebesduett zu schreiben, das kein Duett eines Liebespaares ist. Der Mann und die Frau, die hier zusammen singen, sind nicht füreinander bestimmt. Jeder bekundet sein Trachten nach Liebe und doch wendet sich jeder bald einem anderen zu. Pamina bietet sich Tamino an, Papageno, Papagena. Dennoch vereinen Pamina und Papageno ihre Stimmen zum Kreislied der Liebe. Gibt es dergleichen in einer anderen Oper? Ich glaube nicht. Ein Kater und eine Katze, die außerhalb der Paarungszeit schnurren. Ein Sängerpaar, das kein Interesse aneinander hat. Ein Duo ohne Krallen, ohne Fauchen, ohne Liebkosungen. Ein Duo, das nicht an der Vereinigung interessiert ist. Ein Duo, das weder ein Vor- noch ein Nachspiel zum Austausch der Körpersäfte ist. Vielmehr ein universelles Liebesduo, als Ausdruck kleiner, egoistischer, selbstbezogener Vereinbarungen. Etwas reines, fast engelsgleiches. Genau deshalb konnten ihr auch zwei Kinder das Loblied mit solcher Inbrunst singen. Und ganz zum Schluss noch ein Kapitel für Katzenfreunde, denn offensichtlich ist Erika Mannerschmidt auch einer. Er schreibt, Lieber Mozart, ich habe immer nur Mozart-Katzen gehabt. Mein derzeitiger Kater heißt Leonach. Er hat es sich gerade auf meinem Schreibtisch bequem gemacht, liegt auf den Blättern, blinzelt, weiß nicht recht, ob er schlafen oder Unfug treiben soll und hat doch immer wieder ein müdes Auge auf meinen Federhaltern. Von Zeit zu Zeit, wenn die Feder mit ihrem Kratzgeräusch in seine Nähe kommt, ballt er die Pfote zu einem samtweichen Fäustling, schlägt zu wie bei einer Maus und bringt sie zum Schweigen. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass sich das kleine Katzentier redlich müht, mich bei der Arbeit zu stören. Aus reiner Nächstenliebe schüttelt es immer wieder die es übermannende Müdigkeit ab, wie zum Zeichen, dass es mich nicht vergisst. In Wirklichkeit schlummert sein Körper bereits vor sich hin, bietet den Bauch den warmen Strahlen des Tages dar, die Beine strecken sich in Erwartung baldigen Wohlbefindens, die Lieder schließen sich. Endlich! Leonard träumt! Katzen sind deine Schüler, anmutige Wesen, denen jedes Ungeschick fernliegt, ihre Bewegungen sind knapp, genau, sparsam und wenn nötig schnell. Dann wieder werden sie zu Träumann, zeigen sie sich bald, lebhaft, bald reglos, wechseln vom Allegro ins Adagio, weich, entspannt und stets souverän. Weißt du übrigens, dass es nicht leicht ist, auf deine Musik zu tanzen? Nur selten haben mich Ballette, die sich auf deine Werke stützen, überzeugt, selbst wenn begabte Choreografen sie in Szene setzen. Was hat das mit Katzen zu tun, wirst du fragen? Nun, die Anmut, die eines noch so erfahrenen Künstlers hat neben der Deinen immer etwas Unbeholfenes, etwas Einstudiertes. Deine Musik fließt, aber dann sind da die großen Füße, das steife, nur im Kniegelenke Bein, der kaum biegsame Rücken, die Schwerfälligkeit der Bewegungen, das laute Aufkommen des Körpers auf dem Boden, der Schweiß auf der Haut, dem Kostüm, dem Gesicht, wo er die Schminke ruiniert, als wolle er beweisen, dass aller Schein nur begrenzt Bestand hat. Um deine Musik zu tanzen, hätte es einer Katzentruppe bedurft. Aber diese stolzen, unlängsamen Tiere hätten erst gar nicht mit sich proben lassen. Doch in genau diesem Augenblick führt Leonard ein Solo auf eines deiner langen Sätze auf. Er schläft, tief, sanft und kugelrund, ist vollkommen. Und gleich, wenn seine Lieder sich über den pistaziengrünen Goldaugen öffnen, wird er spielbereit auf den Boden springen und sich das Allegro Vivace vornehmen. Das war ein kleiner Einblick in dieses Buch, Mein Leben mit Mozart. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr Bonn Live gerade schaut, dass ihr auch spenden könnt. Und ihr unterstützt damit die Bonner Kultur, deren Teil wir auch sind als Institut Francais. Wir haben das Buch über Chopin bei uns oben in der Mediathek. Dort gibt es noch jede Menge andere Bücher von Erik-Emmanuel Schmitt. Und wer jetzt schon was lesen will, kann natürlich bei seinem lokalen Buchhändler bestellen, in den Webshop des Fischer Verlags gehen oder wer auf Französisch lesen möchte, sich ein Abo bei Culture Tech machen. Culture Tech gehört zu unserem Angebot der Mediathek, dieses Institut Francais und vieler anderer in der ganzen Welt. Dort gibt es Zeitschriften auf Französisch, dort gibt es auch Musikalben von Jazz und Webmusik bis zur Klassik und Pop und Elektro. Und es gibt ganz viele E-Books. Da ist aktuell das neueste in Deutschland erschienene Buch von Erik-Emmanuel Schmitt auch auszuleihen. Das heißt Felix und die Quelle des Lebens ist im März in Deutschland erschienen und auf Französisch Felix y la source invisible. Da geht es wieder mehr um lebensphilosophische religiöse Fragen, ganz in der Tradition von Ibrahim und Oscar. Und es geht um einen kleinen Jungen, dessen Mutter depressiv ist und er reist tatsächlich in das Land seiner Ahnen nach Afrika, ich glaube in den Senegal und wird dort unter anderem mit Animismus konfrontiert. Ja, schön, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, ihr lasst es euch weiter gut gehen, zu Hause oder an der frischen Luft beim Spazierengehen. Nutzt die Zeit und lest und hört Musik, vielleicht auch mal wieder Mozart. Auf jeden Fall habe ich etwas geteilt, ein Buch von mir, was mir auch in meinem Leben eben schon, was mich begleitet hat an dieser und jener Stelle und ich hoffe, ihr habt auch so ein Buch und vielleicht wird ja auch eins von Erika Manel-Schmidt ein solches und ich hoffe mir, und ich hoffe mich, ja genau, ich freue mich, wenn vielleicht im Sommer möglichst bald wieder Veranstaltungen möglich sind, wo man sich auch face to face wirklich sieht und werden wir uns dann vielleicht bei einer Veranstaltung des Institut Francais Bonn wiedersehen. Also, ja, bleibt fröhlich zu Hause und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.